Was soll ich jetzt machen? SaxoPrint rückwärts buchstabieren. T-N-I-R-P-O-X-A-S Ich bin im Auftrag von SaxoPrint unterwegs, einer der führenden Online-Druckereien in Europa. Ihr Motto lautet, wir gehen mit Druck spielend um. Ja, und das wollen wir gleich auf die Probe stellen, und zwar bei Mitarbeitern österreichischer Agenturen. Wie die mit Druck umgehen und ob sie SaxoPrint rückwärts buchstabieren können, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Hallo, hallo, yeah, hallo, hallo. Darf ich kurz hören? Wie gehen Sie denn mit Druck um? Ab und zu mal am Balkon gehen, frische Luft atmen. Alles gut, ich gehe mit Druck recht entspannt um, denke ich. Ich mache seit Jahren Yoga und es gibt diese wunderbare... Wie gehen Sie denn eigentlich mit Druck um? Ein guter Ausgleich, Laufen oder auch Yoga. Ja, zuerst bin ich gestresst, verliere den Kopf, dann... Atemübung. Atme ich durch und dann geht's wieder. Und dann ist alles gut. Schaffen Sie es, SaxoPrint in 20 Sekunden rückwärts zu buchstabieren. SaxoPrint. SaxoPrint. Oh Gott. T-N-I... Ähm... Saxo mit Doppel-X geschrieben. T-I-R-N-I-R-P. T-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I-R-N-I Zeig auch du, wie du mit Druck umgehst und mach mit bei der Saxo-Print-Air-Hockey-Challenge. Spiel das Online-Spiel, sammle Punkte und gewinne die Reise zum Länderfinale in Cannes, wo die besten Teams aus der Schweiz und aus Österreich gegeneinander antreten. Ja, und mehr Infos dazu gibt es natürlich im Netz zum Nachlesen. So, und wir verabschieden uns? Servus, Pfiatri und Papa und wir gehen jetzt mal duschen. Aha, okay.